Minecraft, aber ich darf die Farbe Blau nicht berühren. Ein Dorf, aber zuerst muss ich einen Weg darüber finden. Mein einzigstes Ziel ist es, Diamanten zu finden. Vielleicht ein bisschen Holz nötig. Okay Leute, ich habe 16 Holz. Hoffentlich reicht das. Oh Kacke, es wird Nacht. Ich muss auf jeden Fall einen Platz finden zum Schlafen. Wie bitte ist dem Monster in der Nähe? Vielleicht gebrauche ich ja etwas Eisen von dem Eisengolem. Okay Leute, ich habe drei Eisen gefunden. Eisenspitzhacke erhalten. Und jetzt geht es ab in die Höhle. Willst du mich komplett verarschen? Da hinten ist Wasser. Ich hole mir einfach mal ein bisschen Stein. Und jetzt stopfe ich diesen Scheiß zu. Und zack. Creeper, Creeper, nein bitte nicht. Nein bitte nicht. Alter, was geht hier für fette Scheiß ab? Bitte nicht. Nein, 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 nein.